Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich sag euch erstmal so, was ich hier auf meinem Kanal geplant habe. Zum Beispiel jetzt als erstes kommt eine Notorial-Serie mit einem bis zwei Freunden. Dann werde ich noch Let's Plays machen. Ein Let's Play Together ist auch geplant. Welches Spiel, weiß ich noch nicht oder wissen wir noch nicht. Let's Shows und Frick Movies werde ich natürlich auch weiterhin machen. Obwohl, Let's Shows habe ich ja noch gar nicht gemacht, wird aber auch kommen. In-Game-Commentaries werde ich bestimmt auch machen. Also, wo ich nachkommentiere, nicht wie bei einem Let's Play direkt dazu kommentiere. Dann werde ich auch weitere Tutorials hochladen. Zum Beispiel, wie ich mein YouTube-Design gemacht habe, obwohl es recht schlicht ist. Dann werde ich Short Movies machen, so ein paar kleine Vorstellungen. So von bis zu 20 Sekunden langen Videos werden das so sein. Ja, falls euch das gefällt, was ich vorhabe mit meinem Account, dann könnt ihr mich abonnieren. Ihr könnt meine Facebook-Fanseite liken und ihr könnt mir auch Fragen auf meinem YouTube-Account beziehungsweise auf meinem AskFM-Account stellen. Viel Spaß mit dem Account. Bis später.